Yo, wie viele Batterien hast du dir denn gekauft? Zwei Sieht irgendwie nach vier Batterien, sah es gerade aus Nein, ich glaube, dass ich nur zwei gekauft Zwei sind da sogar noch Äh, verdammt Besser? Ja Ja Das Ding leuchtet nicht Das leuchtet nicht Das Ding, was ich versucht habe, aufzubauen Ich nehm den Block an Ich nehm den Block an Ich wurde eine Lampe Das ist eine Jungslitz-Kanone, die kann weg Das ist eine Jungslitz-Kanone, die kann weg Aua Ich werd beschossen Ich hab bei mir wieder schwarze Punkte Eigentlich schwarzen Punkte nicht Das war eine gefährliche Aktion, die ich gerade gemacht habe Aber sie ging gut aus Überhaupt nicht viele Batterien Ja, wir sind dran Ja, wir sind dran Ja, wir sind dran Wie rastet aus Das war ich gerade eben Lars Lars? Ja Völlig am übersteuern Sag doch immer Nein Wann bricht der Tag hinein? Keine Ahnung Irgendwann Irgendwann Ich weiß es auch nicht Ich bin fett Ich merk schon Alter Normal Der Teufel ist wieder da Ja Schon die ganze Zeit Ich glaub deine Batterien laden schneller als meine Ja Du hast vier Stück davon Ich weiß nicht, dass ich vieles Blub-Panel habe Wo fährst du hin? Zum Ausrufezeichen Was in Wahrheit ein Fragezeichen ist Wieso? Das lass ich Na 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 Befolge es Ich kümmere mich um den zweiten hier Der hat ne Schildblase gehabt Was? Wo 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 Hilfe Nein Ich glaub die ist entweder kaputt oder nicht existent gewesen gerade Weiter geht's Oh Das Missionsbereich Die müssen nicht geben Die 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 Vergiss der Krim in der gewissen Zeit Oder Nein Die schnell gefunden Einfach auf den Berg rein hoch und dann suchen gucken Das ist einfachste Mission die es gibt Nicht wenn die irgendwo überall sein kann Hinter zwei Hügel Ja, ich bin, ich bin stuck. Oh, ist hier scheiße. Hier ist meine Kiste. Ah, hier ist sie. Hier vorne. Hallo. Alter. Großer Magnet, habe ich schon gesehen. Ja. Geil. Ich nehme mir einen kleinen Magneten. Gib mir den her. Wenn ich den großen nehmen würde, dann wäre es nicht symmetrisch. Bei mir auch nicht. Auf geht's zur nächsten Mission. Ja, ich bin massiv. Mein Radar ist schon wieder weg. Warum ist mein Radar schon wieder weg? Warum? Weil du es nicht richtig abdeckst, vielleicht. Sollen wir nicht lieber den großen Gelb machen? Wo ist den großen Gelb denn? Die Richtung. Ähm. Ja. Komm schon, du schaffst den Berg. Oh, ne Fundkanone. Uh. Ja, die Fundkanone wurde sichergestellt. Nice. Muss man den kaputt machen? Nö. Schade. Wir müssen nur, verdammt. 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 Irgendwas. Ja, ja, halt. Mach deinen Mund auf und fräß. 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 Ich glaub, meine Ladung sollte auch schon rausreichen. Ich warte einfach nur, bis er fertig geredet hat. Du musst es machen. Really? Ja. Ja. Alter. Ernsthaft. Ja, doch, er nimmt es an, oder? Mal hier und einmal hier und einmal hier. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das war mein Reifen. Ich öffne meine Töne Reifen. Es funktioniert nicht. Viel Spaß. Really? Ich muss abbauen. Was für eine Schande. Was für eine Schande. I'm stuck. Nicht mehr. Doch, immer noch. Wir müssen anscheinend als erstes irgendwas kaputt machen, so. Wieso ist mein Fahrzeug so useless? Das ist alles. Lol, warum hast du... Du hast die ganze Fahrzeugfarbe geändert, lol. Sammelt die halt nicht auf. Heißt, wir müssen einfach nur Dinge zerstören? Und das glückt dich damit? Anscheinend schon. Ich baller grad einfach die ganzen Bäume weg. Ich kümmere mich um den Gegner. Diese Umgebung ist nicht geeignet für so'n Fahrzeug. Wo ist der Hauptblock? Auf der anderen Seite. Wir machen einfach die Mission einfach Stück für Stück durch. Erstmal machen wir einfach den Angriffstrupp. Weil wir brauchen ein bisschen größere Reifen, weil ich bin einfach durchgehend stuck hier irgendwo. Ähm, mit der Menge eigentlich geht das. Das solltest du nicht machen. Ich hab's überlebt. Bestimmt einige Teile nicht. Doch, du siehst aus wie so'n Raumschiff, so'n großes. Ich glaub du bist viel schneller als ich. Hm. Das geht gar nicht. Ich hab' nicht große Reifen drauf. Ja, ich weiß. Ich baue mich durch. Ey, das ist ne gegnerische Basis. Ähm, ja das... ähm... Nein. Ich weiß es nicht. Nein, welch... Das ist der Außenposten. Gut, das ist nur noch einer über. Und wir haben kaum was gemacht. Hallo Kleiner! Ich hab' ihn sanftmütig gekillt. Vorsicht. Riesenmagnet sammelt auf. Oh, was ist das? Oh!